Ich werde oft gefragt, ist Peru denn sicher? Meine Antwort ist, Peru ist sicher. Jedoch empfehle ich, sich anders zu verhalten und sich definitiv auch darauf vorzubereiten. Herzlich Willkommen zum Webinar Peru Reisesicherheit. Wichtige Infos und Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Mein Name ist Holger Ersam und ich bin Inhaber von Ersam Peru Consult. Wer ist Ersam Peru Consult? Wir sind ein auf Peru spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Standorten in Frankfurt und in Lima. Seit 1999 bin ich in Peru unterwegs und Sie sehen in dem beruflichen, was mein Hintergrund ist, welche Länder ich kenne und bei Peru Experte sticht heraus die exzellente Vernetzung und das, was wir tun, ist eine Coaching oder eine Begleitung von Führungskräften und von Firmen, die erfolgreich mit und in Peru geschäftlich wachsen wollen. Noch ein paar Worte zu mir privat. Ich bin mit einer Peruanerin, verheiratet genau ist sie, aus Lima. Und wir sind nach 16 Jahren Deutschland, vor einigen Jahren nach Lima umgezogen. Ich bin immer mehrere Wochen am Stück in Peru sowie in Deutschland. Sie sehen und Sie hören, Peru ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Warum dieses Seminar Reisesicherheit? Ich möchte ein Zitat einer Führungskraft aus Deutschland mit Ihnen teilen. Diese Führungskraft sagte, es gab keine offizielle Vorbereitung auf Peru. Die Firma blickt jedoch in Peru auf eine gewisse Erfahrung zurück. Und die wird informell unter Kollegen weitergegeben, sofern man selbst danach fragt. Zugegeben, eine recht subjektive Angelegenheit. Das ist das Zitat einer Führungskraft. Auf Kollegen zugehen, die Informationen informell weitergeben und dann auch noch den Blick zu haben, dass es subjektive Angelegenheit ist. Wow! Deshalb ist es eben sehr wichtig, sich auf das Land vorzubereiten. Also, was ist drin für Sie? Bequem hier in dem Webinar bekommen Sie alle wichtigen Informationen, die Sie brauchen. Zweitens, Sie bauen neues Wissen über Peru auf. Darüber hinaus, drittens, es trägt zur Erhöhung Ihrer persönlichen Sicherheit in Peru bei, dieses Webinar. Und der vierte Punkt, Sie haben einen Wissensvorsprung durch das Webinar gegenüber anderen. Wie ist es, dieses Webinar aufgebaut? Sehr wichtig, dass Sie auch heute im Webinar viele Fragen beantworten. Sie können mir auch danach schreiben. Sehr gerne beantworte ich diese. Und Sie sehen eh auf dieser Seite, um was es geht. Es geht also um die verschiedenen Risiken, auf die Sie stoßen können. Anfangs noch ein kurzer Überblick über Peru als solches, also etwas über Religion, über Einkommen. Sie wissen, Peru ist das 20 größte Land der Welt, über 30 Millionen Einwohner und die drei Landschaftszonen Costa, Sierra, Selva, Costa, die Küste, Sierra, die Anden und Selva, der Regenwald. Und da kann viel passieren. Und da passiert auch viel. Deshalb, Einblick auf den Verkehr, danach auf die Naturgewalten, die Kriminalität, soziale Unruhen und die Gesundheitsgefahren, die sich ergeben können. Dann starten wir mit der peruanischen Gesellschaft. Was sehen Sie auf diesen drei Slides in der Übersicht? Ein Blick erstens auf die ethnischen Gruppen, zweitens auf die Religion und drittens auf das Heilseinseinkommen. Wieso ist das wichtig? Sie begegnen in Peru völlig anderen Menschen. Diese anderen Menschen kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und verhalten sich eben auch anders als in Deutschland. Im Konkreten. Sie sehen, dass der Pfeil auf die 15 Prozent, das sind Peruaner mit europäischer Abstammung, bedeutet gleiche Hautfarbe wie Europäer. Und im Umkehrschluss, Mestizen und Indichene, also etwa 75 Prozent, sind Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Das bedeutet für sie, dass sie durchaus auffallen werden. Die peruanische Gesellschaft, sehr religiös und der katholische Glauben ist vorherrschend. Und der ist aber nach meiner Beobachtung nicht so rein wie in Deutschland. Warum? Er mischt sich mit den traditionellen Religionen. Sie können durchaus auf Situationen treffen, die ihnen dann schon etwas fremd vorkommen. Ein Blick in die Gesellschaft, in das Einkommen. Und zweitens ist das Einkommen pro Haushalt. Dazu muss man wissen, dass viele, dass die Familien sehr lange zusammenleben. Und es üblich ist, dass Söhne und Töchter im Erwachsenenalter arbeiten und zu Hause wohnen. So eine kleine Schicht, mehr als 1000 Dollar Einkommen pro Kopf pro Monat. Die große Schicht zwischen 200 Dollar und 1000 Dollar pro Kopf Einkommen pro Monat. Und sie haben eben, wie Sie sehen, die anderen drei Kategorien. Die Hälfte der Bevölkerung, deren Einkommen halt geringer ist. Blicken wir auf den Verkehr. Schon vorab drei Tipps und Tricks. Wenn Sie über Land reisen, wählen Sie das Flugzeug anstatt den Bus. Wenn Sie in Lima sich bewegen, fahren Sie Taxi anstatt Kombi. Und wenn Sie Fußgänger sind, laufen Sie schnell über die Straße. Vertrauen Sie nicht auf den Fußgängerüberweg und dass das Auto anhält. Ja, hier Risikoverkehr. Was Sie sehen, links habe ich für Sie mitgebracht, eine Straße neben der Panamericana umgeteert. Also die Geschwindigkeit, die Sie hier haben, sind etwa 10 Stundenkilometer rechts. Hier die Panamericana. Die Panamericana zieht sich von Norden, von Äquadorsgrenze bis nach Süden, zur Grenze von Chile durch. Und ist eine Straße durch die Wüste. Denn dieser Streifen ist ein Wüstenstreifen. Das bedeutet, wenn Sie eine Panne haben, kann es schon ein bisschen dauern, a, bis jemand kommt und b, es ist trocken und es ist heiß tagsüber. Deshalb Tipp, nehmen Sie auch immer etwas mit. Mit Ersatzgetränke, Ersatzrad, Räder und diese Dinge. Wenn es geht, fliegen Sie. Die Fluglinien sind inzwischen gut etabliert. Also Sie haben LAN, Avianca, Peruvian Airlines, Star Peru und LC Peru. LAN, Avianca, Peruvian Airlines, Star Peru, LC Peru. Das ist alles ein Standard, da kann man einsteigen. Wenn Sie doch mit dem Bus fahren, wählen Sie etablierte und renommierte Adressen. Also, welche sind das? Krustel Sur, Ormenio, Exclusiva oder Oldursa? Krustel Sur, Ormenio, Exclusiva oder Oldursa? Oldursa. Vermeiden Sie regionale Busanbieter, die auch noch dann überall anhalten. Das Risiko wäre zu groß. Im Verkehr. Hier sind wir in Lima. Ist das Warschauer nicht unbedingt? Nur etwas Verkehr. Diese Kombis oder auch die Mikros, das sind private Unternehmen, die eine Konzession haben, um öffentlichen Personennahverkehr anzubieten. Jedoch sie kämpfen um jeden Passagier. Das heißt, sie fahren rücksichtslos, sie nehmen so viele Menschen mit, wie es geht und sie vermeiden Investitionen in ihre Fahrzeuge. Mehrheitlich sind diese Fahrzeuge uralt. Sie fahren den ganzen Tag und die Fahrer sowie der Kassierer, Corporador, der mitfährt, haben nur ein Ziel, einfach Geld zu verdienen. Wer hat Vorfahrt im Verkehr von Peru? Das ist einfach. Es ist der Stärkere. Hier zwei Motorräder, wenn sie Fußgänger sind, dann lassen sie die vorbei. Wenn sie mit einem BKW unterwegs sind und einer fährt schneller, dann lassen sie den vorbei. Ob in Lima oder im Regenwald, der Stärkere hat Vorfahrt. Verkehrsregeln gibt es. Vertrauen Sie nicht so sehr darauf, dass diese beachtet werden. Es wird eher als Hinweis genommen. Was heißt das? Ist die Ampel rot und ist die Kreuzung frei, dann wird über die Kreuzung gefahren. Das bedeutet für Sie, schauen Sie immer bei einer Kreuzung oder bei einer Abbiegespur, ob jemand im Basten des Wortes um die Ecke abgebogen wird. Blicken wir auf die Naturrisiken. Hier drei Tipps. Vorsicht bei Höhen ab 2500 Metern. Die Höhenkrankheit kommt schneller, als man es glaubt. Zweitens Vorsicht im Regenwald. Das Klima ist natürlich tropisch und dort gibt es alle Krankheiten, die man sich vorstellen kann, die übertragen werden können. Und drittens, seien Sie auf Erdbeben vorbereitet. Seien Sie auf Erdbeben vorbereitet. Jeden zweiten Tag gibt es ein Erdbeben in Peru. Blicken wir zu den Naturrisiken und starten wir mit der Höhe. Wenn Sie zu Inare Kipa, in den Canyon Colga fahren beispielsweise, dann fahren Sie über einen Pass von etwa 4.900 Metern. Gleiches gilt, wenn Sie die Hauptverkehrsstraße in die Anden wählen, die Caradera Zentralen nach Juancaio. Es gibt keine Tunnel, sondern die Straßen sind außerhalb des Berges angelegt, bis nach oben über dem Pass, sodass Sie, um auf die Anden zu kommen, die Andenstädte, die etwa bei 3000 Metern liegen, müssen Sie immer über die Pässe gehen, die wie hier 4.900 Meter sind. Und die Höhenkrankheit heißt Soroche. Wie so das Bild von Machu Picchu? Auch wenn Sie nach Machu Picchu möchten, müssen Sie in die Höhe. Nämlich von Cusco aus, Cusco liegt über 3000 Meter hoch, von dort aus geht es dann nach unten, nach unten, nach Machu Picchu. Aber erst mal müssen Sie nach Cusco kommen. Ja, Regenwald, Drogen, es ist heiß, es ist feucht, es gibt hier alles. Deshalb Impfpass ist eine gute Sache, schon hier in Deutschland hineinschauen, prüfen, zum Arzt gehen oder zur Gesundheitsbehörde und das checken lassen. Rechts, durch die Feuchtigkeit und durch die Straßen, die nicht immer befestigt sind, haben Sie Erdrutsche. Das ist jetzt ein ganz kleiner. In der Regenzeit, in den Anden, sind die Erdrutsche so groß, dass hier dann alles gesperrt ist. Da kommt kein Fahrzeug vorbei. Peru ist eine Erdbebenregion. Alle zwei Tage gibt es ein Erdbeben. Es liegt auf dem sogenannten Feuergürtel, so wie, oder Feuerring, wie auch Chile, Los Angeles, Japan, Neuseeland. Sie sehen überall diese Zeichen. Wenn Sie das sehen und die Erde sollte beben, können Sie sich sie hinstellen. Dort ist eine sichere Zone. Zona Segura. Am besten ist, raus aus dem Gebäude. Es gibt überall inzwischen Sammelplätze, die ein S haben. Und dort kann man eben sicher stehen. Wo es Erdbeben gibt, gibt es auch Tsunamis. Diese Schilder sind neu. Und aufgrund der Ereignisse in Thailand befestigt worden. Klar, die Küste ist schön, die Küste ist aufruhig, das Meer ist ruhig. Wenn es kommt, dann geben Sie Gas, damit Sie hier wegkommen. Hier ist das Hinweis, welche Ruhe das ist. Sie sehen, habe ich Ihnen nochmal hinein mit ergänzt. Die Küste Perus, 2400 Kilometer lang. Kriminalität. Ich fragte am Anfang, ist Peru sicher? Ja, wenn Sie Dinge beachten. Erstens, Wertsache im Hotel lassen, wissen Sie, selbstverständlich auf der ganzen Welt, gilt auch für Peru. Vorsicht im Taxi und an Ampeln. Also, Taxifahrer sind oft mit involviert, leider in kriminelle Handlungen. Und an Ampeln kommt es immer wieder vor, dass die Scheibe eingeschlagen wird und Geld entnommen wird. Ja, und das Dritte, reisen Sie möglichst in Gruppen. Ich merke gerade, das Licht ist so ein bisschen schwieriger geworden. Jetzt ist es wieder stabil. Ich habe Ihnen mitgebracht einen Blick von oben auf ein Wohnviertel. Da hinten die Anden. Es gibt viele Sträßchen und das heißt, es gibt viele Verstecke. Peru ist wie ein Schachbrett aufgebaut. Perus, Städte sind wie ein Schachbrett aufgebaut. Und Lima hat viele Sträßchen. Ich überlege gerade, wie lang ist, welche Ausdehnung hat. Lima, ich vermute, etwa 50 Kilometer vom Norden bis in den Süden. Vom Norden bis in den Süden etwa 50 Kilometer. Und da finden Sie niemanden mehr. Die sind so schnell weg, wenn die Kriminellen... Das ist schwer. Das ist ganz schwer. Deshalb hier, das ist ein Hotel in San Isidro. Alles okay, wir sind safe nutzen. Und Sie sehen hier an dem Gebäude die Häuser und die Wohnanlagen. Ja, die Menschen haben hohen Sicherheitsbedarf. Gitter und Zäune oder Elektrozäune sind normal. Sind normal. Verkehr und Kriminalität. Sie kennen das Bild, das hatten wir schon beim Thema Kombi und Mikro. Hier, Motorradfahrer kommt immer häufiger vor, schlagen die Scheibe auf den Beifahrersitz ein und nehmen die Handtasche mit. Könnte man sagen, dann stelle ich sie auf den Boden. Ja, auch da, da sind sie auch drauf gekommen, auch darauf sind sie vorbereitet. Nehmen auch die Handtasche vom Boden mit. Oder, wenn sie vom Flughafen kommen und ihre Wertsachen auf dem Schoß haben, Vorsicht, wenn ein Motorradfahrer kommt. Nicht alle Kriminellen wohnen in diesen Stadt, in diesen Wohngegenden oder sind arm. Es gibt genauso Kriminelle, die einen anderen sozialen Status haben. Jedoch sehen Sie, das ist am Rande der Lima eine Wohnsiedlung. Und da ist die Versuchung oder die Gefahr groß, dann in der Stadt schnell an das Geld zu kommen, um ihren eigenen Lebensstandort zu verbessern. Lima selbst ist extrem bunt und voller Menschen. Es gibt überall Menschen, es gibt viele Ablenkungen. Ich habe hier, sehen Sie die beiden Menschen, die lassen sich von dieser Figur hier ablenken, die Werbung für eine Restaurantkette macht. Und einen Moment, wenn man nicht aufpasst, einen Moment abgelenkt, dann ist das schon passiert. Sei es hier, das ist in der Innenstadt, hier unten in La Rion, neben der Plaza de Amas, oder in La Comar, eines der schickesten Einkaufszentren, oder in La Victoria, wir in El Salvador, in Stadtteilen, die vermeintlich höhere Kriminalität haben. Kommen wir zu den sozialen Unruhen. Das ist etwas für Deutschland eher Neues. Was sind soziale Unruhen? Es sind Demonstrationen, Straßensperren und ähnliches. Woher kommt das? Die Peruaner sind bereit, sehr oft auf die Straße zu gehen und ihren Unmut, neben dem Verbalen, eben auch dem Unmut, Taten folgen zu lassen. Wenn Sie in Peru im Land unterwegs sind. Lima, klammere ich hier aus, das ist weniger relevant. Wenn Sie im Land unterwegs sind, informieren Sie sich vorab über die Unruhen. Da reicht es, den Fernseher anzuschalten, Internet ein bisschen zu schauen oder im Hotel zu fragen. Die Menschen wissen, wo das gerade passiert. Vermeiden Sie diese Regionen. Und wenn Sie doch in diese Regionen wollen oder müssen, bereiten Sie sich darauf vor, Essen und Trinken ausreichend mitzunehmen. Hier eine Inhaltsseite für Sie. Sie sehen die grüne Schrift im Pfeil nach unten. Das sind zwei Seiten, zwei Internetseiten, die ich Ihnen persönlich ans Herz lege. Hier können Sie sich sehr gut auf das Thema Sicherheit und soziale Unruhen vorbereiten. Sie sehen hier oben links in Rot, da geht es um Bekämpfung des Drogenanbaus und Ausnahmezustand, den die Regierung verhängt hat, und Sie sehen rechts die Auswirkungen zu seinen Unruhen, also Blockaden, Demonstrationen, Straßensperren. Wie kann man sich das vorstellen als Straßenperre? Es werden Felsen auf die Straße gelegt. Ich gehe mal ein Bild zurück. Und nachdem es kein links und rechts vorbei gibt, bleibt der ganze Verkehr stehen. Wo kommt das vor? Meist an den Orten, an denen Armut herrscht und Rohstoffe in der Erde liegen. und internationale sowie nationale Unternehmen die Rohstoffe gewinnen und die Menschen das Gefühl haben, dass sie benachteiligt sind. Ich habe Ihnen hier mitgebracht ein Bild eines Ortes aus den Anden. Das ist im Departamento Ayacucho. Und Sie sehen die Häuser, Sie sehen die Straße. Da ist die Infrastruktur halt anders. Das nochmal herauszuheben, Peru ist dünn besiedelt. Und es ist schwierig, dann mal in den Supermarkt zu gehen, um sich etwas zu trinken zu holen. Gibt es nicht. Es wird gut versorgt sein. Und so eine Straßensperre könnte sein hier rüber. Große Felsbrocken. Und dann ist die Straße blockiert. Dann ist die Straße blockiert. Man kann nicht mit dem Pkw hier oben rechts oder links. Und es gibt auch keine Alternativen. Es gibt in der Regel keine Ausweichstraßen. Kommen wir zur Gesundheit. Das, was Sie sicherlich kennen, Getränke aus Flaschen trinken, Versicherungen, Impfungen prüfen. Und das, was vielleicht neu ist für Peru, scharfes Essen vermeiden. Schauen wir hinein. Wenn Sie in Peru im Restaurant sind, bestellen Sie das Getränk in der Flasche. Das gibt es überall. Sie können natürlich auch Säfte bestellen oder Chichamorada, ein besonderes Getränk oder Limonade. Bei den Säften, seien Sie sich bewusst, die sind zu 100% Natur. Die sind nicht gestreckt. Das heißt, die Auswirkung auf die Verdauung ist eine entsprechende. Bei den Limonaden oder Chichamorada, was frisch zubereitet wird, seien Sie sich bewusst, dass es durchaus Leitungswasser sein könnte. Und Leitungswasser in Peru ist kein Trinkwasser. Leitungswasser ist kein Trinkwasser. Hier habe ich Ihnen mitgebracht den Impfpass, sowie nochmal das Thema Auslandskrankenversicherung. Wenn Sie in Google suchen, haben Sie genügend Treffer. Ich habe jetzt hier vermieden, Werbung für einen Anbieter hier mit aufzunehmen. Es gibt in Deutschland genügend Gute davon. Hier zum Essen. Peru hat ja die leckerste Küche wahrscheinlich der Welt oder zumindest ist es unter den Top 3 der Gastronomie. Das ist wirklich super. Wenn Sie das erste Mal in Peru sind, ist aber der Magen nicht darauf vorbereitet. Das heißt, hier diese Nationalgerichtsevice, diese frische Fisch, roher Fisch in Zitrone, also in Limonensaft, da ist der europäische, deutsche Magen nicht darauf vorbereitet. Es kommt immer wieder vor, dass selbst Peruaner, die im Ausland leben, etwa nach einer Woche Peruaufenthalt, ein bis zwei Tage einfach flach liegen, weil der Magen rebelliert. Natürlich möchte man das ausprobieren. Das sollen Sie ja auch tun. Dann bestellen Sie doch ohne Achie. Ich habe Ihnen das hier mit aufgeschrieben. Was ist Achie? Das ist eine Art Peperoni, aber extrem scharf. Das sieht aus wie ganz kleines Stückchen Paprika. Ja, diese kleinen, die brennen wie Feuer. Ich kann Ihnen das versichern. Das ist ein Cevice-Nationalgericht an Cevice, weiterentwickelt mit anderen Gewürzen, noch ein bisschen schärfer im Geschmack und intensiver im Geschmack. Perus Küche, wie erwähnt, ist sensationell gut. Seien Sie sich bewusst, der deutsche Magen ist nicht unbedingt darauf vorbereitet und nehmen Sie etwas mit, wenn es zu Magenproblemen kommen sollte, damit Sie schnell etwas, ein gutes Mittel haben. Wo gibt es hilfreiche Links? Die Bundesregierung, das Auswärtige Amt hat die Seite mit Reise plus Sicherheit. Das ist sehr gut. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Peru selbst hat eine Touristeninformation mit einer 24-Stunden-Telefonnummer. Auch das ist gut, das ist neu und gibt Sicherheit und Orientierung. Und wer ein bisschen tiefer einsteigen möchte, natürlich die deutsche Botschaft in Peru. Hier gibt es eine Notfall-Telefonnummer. Sie finden sie auf der Homepage. Ich habe sie jetzt hier nicht dazu genommen, denn wenn die Nummer sich verändern sollte, dann wäre es die falsche. Deshalb die Bitte. Schauen Sie auf der Seite. Da gibt es eine Notfall-Telefonnummer. Notieren Sie sich diese. Die deutsche Botschaft arrangiert sich. Hat auch überall Honorarkonsule, Sitzen im Land verteilt. Da wird Ihnen schnell geholfen. Und schließlich für Landesinformationen, wenn es etwas stark auch nochmal in das Thema Touristik geht oder in das Thema Branchen und Wirtschaft. Brom Peru ist hier sehr gut aufgestellt. Wer ist Brom Peru? Brom Peru ist die nationale Wirtschaftsförderung und macht hier einen guten Job. Die Homepage gibt es, wie Sie sehen, auch auf Deutsch. Zusammenfassend. Zusammenfassend die fünf Tipps für Ihre persönliche Sicherheit. Was können Sie dafür tun? Erstens. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit allen. Was meine ich damit? Wenn Sie auf dem Bürgersteig laufen, jemand spricht Sie an oder kommt auf Sie zu. Sie vermuten, der spricht Sie an, hat eine Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Frage hat, liegt bei etwa 25%. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Ihre Geldbörse möchte, ist deutlich höher. Und gehen Sie immer mit offenen Augen durch Peru. Ich weiß, es ist schwierig, weil so viele Reize, so viele Reize auf Sie einströmen, dann an alles sich bewusst zu machen. Aufgenommen wird das ja, aber bewusst zu schauen. Trotzdem, wenn sich Menschen nähern, die Sie nicht kennen, dann beginnen Sie misstrauisch zu werden. Zweitens. Wählen Sie Ihr Verkehrsmittel sorgfältig aus. Das heißt, über Land reisen, wenn es geht, mit dem Flugzeug. Wenn Sie mit dem Bus reisen, nehmen Sie eine der renommierten Buslinien. Gustel Sur, Omenio, Exclusiva sind jetzt drei. Oder wenn es von Lima nach Iga geht, gibt es einen Peru-Bus. Also, renommierte nehmen. Wenn es gar nicht anders geht und Sie auf Entdeckungstour gehen oder einfach in die Nebentäler und in die Nebengegenden reisen müssen, dann überlegen Sie, ob Sie mit diesem Bus fahren oder ob Sie einfach ein Taxi chartern. Wenn Sie einen Tag ein Taxifahrer chartern, das ist nicht so teuer. Das kann man bezahlen. Und es zahlt auf die Sicherheit ein. Und klar, Verkehr in Lima, so wie auch sonst, als Fußgänger extrem vorsichtig. Zebrastreifen sind nicht da, dass die Autos anhalten. Zebrastreifen geben den Autofahrer Orientierung, wo Menschen die Straße überqueren könnten. Keine Kombis, keine Mikros, sondern immer Taxi. Und dann bei den Taxis nochmal genau schauen, wie Sie den Fahrer einschätzen, wie alt, wie neu das Fahrzeug ist. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand hier entscheiden. Nicht jeder Taxifahrer ist gut oder böse. Es gibt 120.000 Taxifahrer, da haben Sie ja die gesamte Verteilung. Und da kann schon jemand dabei sein, der es nicht gut meint. Wenn es Schwierigkeiten geben sollte, wenn es Schwierigkeiten geben sollte, geben Sie alles ab. Also was immer wieder passiert, Überlandpusse werden überfallen, oft früh zwischen 1 Uhr und 4 Uhr. von mehreren bewaffneten Menschen geben Sie alles ab. Geben Sie Uhren ab, Geldbeutel, Kreditkarte, Computer, Smartphone. Ihr Leben ist wichtiger. Die Hemmschwelle in Peru, ein Leben zu schützen, ist niedriger als in Deutschland. Also die Hemmschwelle, das Leben als solches, hat in Peru einen niedrigeren Wert für manche Menschen. Fünftens, wenn es geht, bewegen Sie sich im Team, zu zweit, zu dritt oder in Gruppen, dann sind Sie relativ sicher und außerhalb des Fokuses von Kriminellen. Wir kommen langsam zum Ende des Webinars. Sie sehen, Peru hat Costa, Sierra Selva, Küste, Anden und Regenwald. Ich habe Ihnen diese drei Bilder mitgebracht. Das Bild links ist aus dem Norden, aus dem Sylt, Perus, Mangora. So ein Untergang. Das Bild in der Mitte ist aus den Anden, ein Vicunya. Und rechts habe ich Ihnen mitgebracht aus der Selva, aus der Nähe von Tarapotto Selva, Alter, also die Hochselva sind 200 Höhenmeter liegen, liegt diese Selva. Und dann geht es weiter Richtung Amazonas, was auf null Höhenmetern liegt. Am Ende noch ein Überblick, wo Sie weitere Informationen erhalten können. Es gibt das ein- oder zwei-Tages-Training, das haben wir hier, wo es auch noch mal um Reisesicherheit geht. Da steigen wir noch einmal, steigen wir viel tiefer ein. Schauen wir noch links und rechts, es gibt Informationen dazu. Es erfolgt ein Austausch, ein Erfahrungsaustausch. Und auch noch mal viel Tipps und Tricks. Tag 1 halte ich persönlich und Tag 2 kommt ein Kooperationspartner dazu. Hier geht es dann um das Thema Reisesicherheitsmanagement. Also das Thema Arbeitgeberhaftung für Sorgepflicht. Durch persönliche Beratung sprechen Sie mich hier an, schreiben Sie mir, was Sie brauchen. Sie bekommen dann innerhalb von 24 Stunden einen Überblick. Und für alle, die Sie schon einlesen wollen, das E-Book Business Guide zu Peru einfach hier klicken. Der Business Guide hat in 10 Kapiteln auf über 50 Seiten viel auch zum Thema Reisesicherheit und darüber hinaus zum Land, zu den Branchen, in der kulturellen Umgang mit den Menschen und noch ganz viele, viele Tipps sowie wertvolle Netzwerkadressen mit dabei. Okay. Hier die letzte Seite, Impressum. Sie sehen, wie Sie mich erreichen können per E-Mail, per Skype, per Xing vernetzen, in den Blog einsteigen, die Telefonnummer in Deutschland oder WhatsApp in Deutschland. Natürlich bin ich auch in Peru telefonisch und per WhatsApp erreichbar. Wenn Sie vor Ort sind, schreiben Sie mir, dann schicke ich Ihnen persönlich meine Telefonnummer. Das war das Webinar heute. Mit diesen drei Bildern, mit den Impressionen aus der Costa, Sierra und Selva schließe ich unser heutiges Webinar. Ich würde mich freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen würden. und ich wünsche Ihnen ganz viel tolle Erfahrung und eine ganz tolle Zeit, wenn Sie in Peru sind. Alles Gute. Kommen Sie gut zurück. Genießen Sie dieses tolle Land und die vielen Impressionen. Bis bald. Danke.